Können wir mal wieder raufkommen? Wir haben noch ein Sternchen. Wir wollten noch, äh, noch, ich wusste ja noch nicht, wie man was da macht. Dann können wir jetzt mal, jetzt weiß ich zwar, das, weil das sah so aus wie ein Sternschnuppe. Worum geht das nicht? Hm, aber ich hab ne Sternschnuppe. Ich hab mal, die mal tausendmal tot gemacht, weil das bei mir so Spaß gemacht hat. Aha, Rüstung. Aha. Äh, so. Wait, so. Oh mein Gott, so. Äh, äh. So. Äh, ja. warte so äh ich hab mal was anderes gemacht was versucht dann ich hab mal was versucht da können wir mal was richtig richtig cool ist ich hab mal was darauf gemacht und das ist eine Vorstellung und da ich sehe doch den letzten Block wir nehmen auch jetzt mal den dann nehmen wir jetzt mal auch Creeper dann kann man das den Eiern nehmen so kann ich jetzt das hier jetzt hier jetzt über hinstellen und danach mach ich noch hier ein nein bleib bleib da bleib bleib so dann sterbst du jetzt so mach ich jetzt hier nehm nehm ich jetzt mal auch jetzt mein Creeper so brauch ich ewig nicht mehr auch 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 Ich hole jetzt meine Tee, Tee, so. Ich frage jetzt mal, warum geht alles von Tee, Tee kaputt, habe ich mich immer gefragt. Ich weiß auch, Stoff ist ein bisschen leichter. Das ist doch Stein. Das ist ein bisschen leichter. Untertitelung. BR 2018 So, äh, Entschuldigung, ich mal aufgehört habe. So, das war nur eine kleine Folge. Tschau. So, äh, Entschuldigung, ich mal aufgehört habe. So, äh, Entschuldigung, ich mal aufgehört habe. So, äh, Entschuldigung, ich mal aufgehört habe.